Die Idee oder meine Idee ist immer lange bleiben, weil nur dann kriegt man das mit, worüber nicht so gern geredet wird. Spiegel-Reporter Christoph Reuter berichtet 2023 mehrere Male aus der Ukraine. Im Februar aus dem bis heute umkämpften Bachmut im Osten des Landes. Etwa 6000 der einst 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner weigern sich zu diesem Zeitpunkt, die Stadt zu verlassen. Was ich großartig fand und was ich so selten erlebt habe, vielleicht in Syrien für eine Weile, war zum Beispiel als wir in Bachmut waren im Januar, Februar in der kältesten Zeit an der furchtbarsten Kampfzone, die man sich denken kann, dass ganz viele Leute sagten, ja, aber wir müssen ja weitermachen. Einen Monat lang arbeitet Christoph Reuter im Winter in der Ukraine, gemeinsam mit einer Fotografin und einem Ortskundigen, der ihn bei seinen Recherchen unterstützt. Das Team erlebt den Alltag der letzten Bestatter von Bachmut, die unter Lebensgefahr Tote bergen und beerdigen. Dann kriegt man mit, ja, nee, die Bestatter, die Bestatter von dem Bestattungsinstitut, die fahren durch die Stadt und man, wie, die sind noch da? Und die fahren, ja, ja, nee, die machen weiter. Und dann sind wir zu deren Büro in der Straße des Friedens gefahren, wirklich im Zentrum. Und der Chef, Ivan, sagte, ja, es ist ein bisschen gefährlich, hier zu sein, aber das Büro kennt jeder. Hier sind wir seit 30 Jahren und für alle, die, ja, jemanden bestattet haben wollen, die kommen dann hier vorbei. Da haben die begleitet, wenn die zum Friedhof fuhren, Kilometer raus, weil das eine einzige war, wo man ohne in Lebensgefahr zu geraten, überhaupt noch Leute bestatten konnte. Und ich weiß nicht, ob diese, ja, diese Beharrlichkeit, ob die den zweiten Winter überstehen hat. Im Spätsommer kehrt der Reporter zurück in die Ostukraine. Er begleitet Minenräumer der ukrainischen Streitkräfte bei ihrer Arbeit und trifft einen Mann wieder, der im Februar noch dachte, der Krieg wäre bis zum Sommer gewonnen. Ein netter Professor für Agrarwissenschaft sagt, ja, ich hatte die kleine Truppe von Soldaten eingeladen, die im März hier war, ins Sommerhaus. Dass wir dann das Ende des Krieges feiern. Und dann erzählt, ja, und dann starb der, und dann wurde der, und dann der, und dann der. Und er wisse nicht, ob noch einer übrig sein werde, wenn der Krieg vorbei ist. Er wisse nicht, wen er in sein Sommerhaus einladen soll. So gefährlich der Einsatz auch ist. Damit der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht in Vergessenheit gerät, ist es unverzichtbar, dass Reporterinnen und Reporter das Kriegsgeschehen dokumentieren. Man sollte wissen, wofür man das macht. Wofür machst du es? Um so gut es geht zu erklären und zu erzählen, was dort geschieht. Und Bachmuth zum Beispiel war wichtig, um zu zeigen, ja, wir liefern Gepard-Schützenpanzer, wir liefern die Panzerhaubitze 2000. Das, was immer gefilmt wird von den Fernsehteams. Das ist gut, das ist schön, alle zehn Kilometer steht so ein Gerät. Aber wen wir gesehen haben, das waren die völlig verstörten, überlebenden ukrainischen Soldaten, die aus ihren Gräben kamen zur Ablösung und uns erzählten, ja, also sie hätten jetzt so und so viele Verletzte durch Handgranatenwurf. Weil die andere Seite Handgranatenwerfe in ihren Graben und sie würden auch Handgranaten in den anderen zurückwerfen, dass in den zehn Kilometern zwischen modernem Gerät die Krieg führen wie im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und den Horror, die Wirklichkeit zu zeigen. 2023 sollte das Jahr der ukrainischen Gegenoffensive werden. Doch Kiews Truppen sind zum Jahresende erschöpft von ihren gescheiterten Versuchen, Gelände zurückzuerobern. Bachmuth wurde im Mai von russischen Streitkräften erobert und besetzt. Zu dieser Zeit sollen nur noch 500 Menschen in der Stadt gelebt haben. Aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein zermürbender Abnutzungskrieg geworden. Es gab die Hoffnung, selbst im Sommer noch, dass das, was man als Frühjahrsoffensive ausgegeben hatte, dass das funktionieren würde. Dass sie tatsächlich weite Teile des Südens befreien können. Und dass man zumindest das Gefühl hat, irgendwo ist ein Ende dieses Krieges sichtbar. Und das ist es nicht mehr im Moment. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.